Heute, vor 229 Jahren, also am 24. Februar 1793, finden in der Mainzer Republik, einem Tochterstaat der von den Franzosen während der Revolution ausgerufenen Republik, die ersten Wahlen zum rheinisch-deutschen Nationalkonvent statt. Somit war die Mainzer Republik der erste auf demokratischen Grundsätzen beruhende deutsche Staat, über den sogar Goethe einst ein Bild malte. Doch schon bald war wieder Schluss mit diesem kleinen demokratischen Experiment. Bereits im März begannen preußische Truppen mit der Belagerung, was vier Monate später zur Kapitulation der Stadt und des Staates führte. Und damit herzlich willkommen zu einer singenden und lachenden Folge Lehrersprechtag mit dem Jakobiner Martin Pieler und dem Reformisten Alexander Batzke. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Auch in Mainz, wie es singt und lacht. Ja, wenn die Preuß was können, dann Demokratie unterdrücken. Ja, so lange belagert, bis der Schluss ist mit diesen Experimenten. Maul halten! Ja, und da war auch erstmal lange wieder Schluss mit Demokratie in Deutschland, aber davon erzählst du ja in deinen Vormärz-Gedichten. Auch heute wieder, genau. Bis 1848. Mein deutscher Leistungsküle ist Kurzlehrer, der berühmt für seine guten One-Liner war. Ja, Shoutout an der Stelle. Sagte einmal, die März-Revolution, also wir nennen das Revolution, weil wir froh sind, so eine lächerliche Revolte zusammenkratzen zu können. Ja, das ist wahr. Die haben da so ein bisschen einmal so getan, als ob sie, die wollten auch mal Revolution spielen. Vor allem, währenddessen war ja in Frankreich auch gerade wieder Revolution, ne? Die, 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 die... Mal wieder, mal wieder, genau. Mal wieder, genau. Aber in Frankreich ist er gefühlt immer Revolution. Ja, und das hat dann ja auch erstmal zu, nicht so viel geführt. Aber gut, aber so, wir reifen vor 1848. Das sind aber ja trotzdem, trotzdem so Sachen, die sich ja bis heute irgendwo ja noch so wiederfinden, ne? Ja, ja, klar. In Frankreich, irgendein Politiker, irgendeine Steuer um 1% erhöht, zack, 100 brennende Autos. Ja, und hier weiß niemand davon, dass wir mal eine Revolution hatten. Und ja, Autos wurden auch schon länger nicht mehr angezündet. Und wir haben die da gearbeitet, während die Revolution gemacht haben. Echt mal. Ja, das verstehe ich nicht. Außerdem, das war ja im Februar in Mainz. Wahrscheinlich haben die erstmal nur geglaubt, das wäre ein Karnevalsstreich. Wer ist denn dieser Generalstreik? Oh Gott. Ja, schön. Ja, ich bin heute mal ein bisschen in einem anderen Raum als sonst. Ich nehme hier in meinem Arbeitszimmer auf, was eigentlich gar keine schlechte Idee ist. Ich habe hier so einen schönen Schreibtisch und so. Aber der Raum ist ein bisschen größer und auch ein bisschen, ja, weniger. Hier ist ein bisschen weniger einfach insgesamt als im Schlafzimmer. Und deswegen kann es sein, dass er ein bisschen heilt. Obwohl ich schon wie in so einer Gummizelle hier alles vollgemacht habe mit Polstern und Kissen und so weiter. Also, wenn ich gleich ausflippe, ist auch nicht schlimm. Das ist alles machbar hier heute. Ja. Und weiterhin hat Alex keinen Stuhl. Richtig. Aber einen hoch- und runterfahrenden Bagen-Schreibtisch. Das ist sehr cool. Warte, ich mache das mal einmal. Vielleicht kann man das hören. Das ist cool. Ich glaube, man hört es nicht. Ich kann ihn aber so machen. So ähnlich macht es auch. Ja, wie geht es dir, mein Lieber? Du bist wieder in deiner Bibliothek, wie ich sehe. Ja, genau. Zur Erklärung, Martin hat immer so ein Hintergrundbild von so einer großen Bibliothek. Als ob er belesen wäre. Genau. Das ist die Bibliothek vom Trinity College in Dublin. Ah. Wow. Yes. Kennst du alle Bücher? Wow trifft es, wenn man da ist. So wie Johnny Nummer 5 dann gesagt hätte, ich kann diese ganze Bibliothek in einer halben Stunde schaffen. Kennst du noch Nummer 5? Nummer 5 lebt. Nummer 5 lebt, meinst du? Ja, ja, ja. Ah, ja. Jo. War Wind. Ja, war Wind. Hast du überstanden? Ich habe geschrieben hier heute erste Notiz, Ui Wind mit Rattenschwanz. Weil unsere Folge letztes Mal hieß ja Ui Wind, aber eigentlich war es dann auch noch viel schlimmer. Ja, und also an dem Donnerstag war ja eher so nix, also zumindest in Bottrop. Also ich bin dann irgendwann aufgestanden, guckte raus und dachte so, nö, jetzt mach ich erstmal den Grill an. Er war sogar noch da. Sonnenschein. Ja, richtig. Es war so richtig schönes Wetter, ne? Es war so sonnig und so schön und irgendwie, ich meine, klar, es war irgendwie trotzdem windig, aber es waren keine Wolken da. So wusste man nicht so richtig, dass es windig ist. Ja, und dann ging das ja erstmal los am Freitag, Holmer. Wollte ich gerade sagen. Also sah auf jeden Fall am Donnerstag nicht nach dem Unwetter aus, wo man eine Schule für zumachen muss. Das ist richtig, ja. Und für Online-Unterricht vermeiden muss. Ja, genau. Ja, und am Freitag war dann tatsächlich, hatte ich ganze zweieinhalb Stunden Unterricht, bis dann sturmfrei gegeben wurde. Das war auch wieder groß. Freitag war ich krank. Oder also, man hört es vielleicht, ich bin immer noch nicht so richtig gesund, aber Freitag ging gar nicht. Da musste ich zu Hause bleiben. Da bin ich morgens schon mit so einem Schädel aufgestimmt und habe gedacht, nee, das kann ich mir und Schüler nicht antun. Und man ist ja sowieso auch momentan immer eher extra vorsichtig. Ich habe mir auch schon wieder seit Freitag jeden Tag ein Stäbchen gegönnt. Nein, damit. Weiterhin negativ. Und jetzt bin ich noch so ein bisschen verschnuppert, bin aber natürlich heute Montag wie ein guter preußischer Beamter. Da haben wir es wieder. Pünktlich zum Dienst erschienen und habe neun fucking Stunden abgerissen. Boah, du Vollidiot. Montag ist echt so, da kommt ein Stundplan und sagt, ey, wie war das Wochenende? Und wehe, du hattest Samstagabend irgendwas vor. Das zieht sich nämlich, liebe junge Zuhörende, mittlerweile bis zum Mittwoch hin, wenn man mal einmal Samstag was vorhatte. Mindestens. Ja, war Wind. Und dann waren genau zweieinhalb Stunden Unterricht. Ich habe sogar noch eine Stunde vorgezogen, die eigentlich erst hätte später sein sollen. Aufgrund irgendwelcher Krankheitsgeschichten. Und deswegen, eigentlich hätte ich sonst nur anderthalb Stunden Unterricht gehabt. Das hat sich, also die letzte Woche war richtig, eigentlich nach meiner Corona-Erkrankung schön wieder zum Reinkommen. Erst der Elternsprechtag am Mittwoch, wo wir auch aufgenommen haben. Dann dieser Donnerstag erstmal wieder runterfahren. Hatte ich nur eine Konferenz irgendwo so nachmittags. Und dann Freitag anderthalb Stunden Unterricht. Und heute, ja heute, ja heute, also heute ist Montag. Heute, wo wir aufnehmen, ist Montag. Ja, und was war? Wieder Wind. Antonia hat zugeschlagen. Ich bin zum Bahnhof gefahren heute Morgen. Wann war ich? Um halb sieben im Zug. Ja, also der kam auch. Alles kein Thema. Und dann Durchsage. Ja, da ist ein Baum auf die Gleise gefallen. Also auf die Oberleitungen gefallen. Und ich dachte schon, oh je, das kann dauern. Aber erstmal so, ja, ja, wir informieren sie weiter. Es wird sich um wenige Minuten verzögern. Ich so, nee, Kollege, das wird nicht um wenige Minuten verzögert hier. Ihr seid die scheiß deutsche Bahn. Ihr verzögert sich gar nichts um wenige Minuten. Was ist eigentlich deren Wie mit diesen Oberleitungen? Können die da nicht mal so ein Schild bauen oder sowas? Überhaupt. Warum gibt es Bäume am Rand von Gleisen? Einfach wegmachen. Ich meine, die sind ein guter Lärmschuss. Aber das war auch jetzt nicht so toll heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ganz ehrlich, irgendwie so hier auf nachhaltig machen, Bahn fahren und dann Bäume alle weg, Bäume weg, Bäume weg, Bäume weg. Haus um. Das habe ich mir aber auch heute gedacht, wie schade ist das, um diese ganzen neu frisch gepflanzten Bäume, die alle Hippies da irgendwie in die Wälder gesetzt haben. Und jetzt sind einfach riesige Bäume umgekippt worden. Einmal so von so einem Sturm. Da sagt die Natur auch, ja, hier, Mittelfinger, fickt euch. Muss es nicht einfach eine Technik mittlerweile geben, die ohne diese scheiß Oberleitung auskommt? Ja, die gibt es. Die nennt sich Verbrennungsmotor. Nein, also es muss doch die Möglichkeit geben, so eine Bahn zu bewegen, also elektrisch zu bewegen, ohne dass oben auch Strom sein muss. Also kannst du mir nicht erzählen. Ja, es gibt ja... Ich weiß ja, irgendwas mit geschlossenen Stromkreisen und blablub irgendwie so, aber das kann doch nicht sein. Ja, bei U-Bahnen ist ja der Strom meistens unten, also unten an den Gleisen direkt. Also vielleicht könnte man das ja auch mal erwägen. Also ich meine, da wird ja auch alles bewegt. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging dann heute Morgen am Bahnhof gar nichts. Und dann sagten sie auch so langsam durch, dass keine Züge nach Süden überhaupt fahren würden. Und das heißt, die ersten zwei Stunden, die ich heute hatte, sind auch mal wieder dann ausgefallen, notgedrungen. Aber viele meiner Suss werden ja sowieso auch nicht zur Schule gekommen. Was dazu führte, dass ich aber trotzdem meinen Stundendeputat erfüllt habe für heute, weil man hat mir dann einfach hintendran noch Vertretung gegeben. Also alles gut. Ich als preußischer Arbeiter mache das ja gerne. Mach das ja gerne. Ja, dann bin ich mit einer Kollegin zur Arbeit gefahren und mit dem Auto dann. Ja, das war eigentlich auch ganz, ganz nice, dass man da auch diese Möglichkeit noch dann hat. Ja, aber konnte man echt nicht ahnen. Und so langsam ist dann auch gut. Also jetzt von mir aus bitte mal gutes Wetter. Aber ich glaube jetzt, Aufnahme-Veröffentlichungs-Paradoxon, wo wir gerade zu hören sind, ist das Wetter, glaube ich, schon besser. Ich hörte von gutem Wetter. Ich würde mich über gutes Wetter auf jeden Fall freuen. Man munkelt, es wurden schon auch erste Krokusse gesichtet und dann ist man ja schon direkt so richtig im Frühlingsmodus. Es wäre schön, wenn das Wetter schön werden würde. Ich habe nämlich am Samstag etwas vor, sodass ich dann, weil ja jetzt Montag und Dienstag haben wir ja frei, da kann ich mir ja Samstag was vornehmen. Ja, genau. Ich habe auch was vor und davon erzähle ich aber vielleicht in der nächsten Folge. Ja, das wäre ganz nett. Und das führt mich vielleicht auch direkt erstmal hier kurz zu meiner guten Tat. Das ist nämlich eine gute Tat im Aufnahme-Veröffentlichungs-Paradoxon-Sinne. Die hast du noch gar nicht getan. Da habe ich noch nicht begangen, werden wir hier aufnehmen, aber ich werde sie bis dahin, bis ihr diese Folge hört, begangen haben. Und das ist quasi auch Zeitschleife mal zwei, denn ich habe diese gute Tat schon einmal begangen und das sind die Drohnenaufnahmen für die Nachbarschule. Ich erzählte ja bereits davon in einer, in der vorletzten Folge. Ich mache das jetzt noch einmal, weil das ja nicht ganz sowas geworden ist mit diesen Buchstaben, die halt aufgestellt werden und daraus sich No Racism ergibt. Racism. Racism, genau. Just Racism. We are pro Racism. Dass sich das, genau, auf dem Schulhof da hingestellt wird. Und das mache ich oder werde ich gestern gemacht haben für die Nachbarschule. Das Wetter soll ja auch gut geworden sein. Also eine klassische gute Futur 2-Tat. Ja, was habe ich hier noch? Ich habe auch gar nicht so viel. Ich habe, heute war bei mir Sabaton Day. Oh. Weil ich habe montags zwischen den 100.000 Stunden, die ich am Montag habe, habe ich unter anderem auch zweimal GG, einmal mit meinen 13ern und einmal mit meinen 11ern. Für die vielen eingeschalteten, jetzt erst eingeschalteten Zuhörenden GG bezeichnen wir Gesellschaftslehre mit Geschichte. Das ist das, was Geschichtsunterricht am nächsten kommt an einem Berufskolleg. Genau. Und da beginne ich die Stunden ritualisiert immer auch mit einem Heute-Vor. Ich glaube sogar, das Podcast Heute-Vor ist aus dem Unterrichts-Häute-Vor entstanden, wenn mich nicht anders täuscht. Ja. Und die 13er machen das selber. Also da ist immer ein Schüler mit einem Heute-Vor dran. Und letzte Woche, also heute vor einer Woche vor, hatte der ein Heute-Vor. Das musste er aber, wie war es denn? Genau, das konnte er nicht direkt sagen, weil da waren die in Distanzunterricht, aber asynchron, weil ich noch Unterricht hatte oder irgendwie so. Weil hier Klassenfahrtsgedöns und so. Und der hatte als Heute vor, da ist die Bismarck zu Wasser gelassen worden. Das Kriegsschiff. Ja. Das ja dann auch da so eine Zerstörerklasse wurde. Und da gibt es eben ein Lied von Sabaton von, das heißt Bismarck. Und das hat er mir dann per Teams geschrieben, dass das sein Heute-Vor ist. Und dann habe ich das halt bei OneNote hochgeladen und dann direkt noch das Sabaton-Video hinterher, weil es ist immer gut, wenn auch Sabaton im Unterricht vorkommt. Immer gut. Und dann habe ich natürlich es mir nicht nehmen lassen, heute das Heute-Vor noch mal zu rezitieren, damit es auch gewertschätzt wird und das Lied anzumachen. Weil wenn die Stunde mit Sabaton anfängt, ist es eine gute Stunde. Und in der Elf, da mache ich das Heute-Vor, da hatte ich heute vor, jetzt habe ich natürlich die Jahreszahl vergessen, aber die kann ich rekonstruieren. Heute vor 106 Jahren begann die Schlacht von Verdun. Ach so, ja richtig, habe ich auch gelesen. Und die dauerte übrigens bis zu meinem Geburtstag, bis zum 18. Dezember. Was? Ein Jahr lang? Fast? Wow, krass. Bist du ja Bescheid. Und da gibt es natürlich auch ein Lied von Sabaton. Was ist das Wetter? Nee, Fields of Wetter. Und das habe ich dann auch angemacht. Und dann habe ich einfach in 8 Stunden Unterricht zweimal ein Lied von Sabaton gehört. Das war ein guter Tag. Das ist ein guter Tag. Das ist der Montag direkt gerettet. Ja, siehste. Und vor allem die Dreizeller, für die war ich jetzt nicht so die Überrat, aber so die Elfer, mit denen wird man ja jetzt gerade erst so warm. Ja. Und wenn das erste Mal solche Situationen auftreten, mache ich das dann halt an. Und dann beobachte ich halt immer so gerne die Sus, weil die ja gar nicht wissen, wie die sich verhalten sollen. Die gucken so. Was ist hier los? Bleibt das jetzt noch so zwei Jahre so? Was will es? Die sind ja oft auch gar nicht sowas wie Metal-Musik gewöhnt. Also haben die vielleicht noch nie gehört. Gitarren oder so. Also es hat auf jeden Fall niemand offensichtlich angewidert geguckt. Aber das vielleicht auch, weil ich die beobachtet habe. Und einen habe ich gesehen, der hat so mitgenickt. Der hat mir direkt schon mal Pluspunkte gesammelt. Ja, also wenn ich dann also in deinen mündlichen Prüfungen im Abi dann wie Beisitzer oder Vorsitzender oder so bin, dann erwarte ich eine Prüfung zu Sabaton. Eine Sabaton-Prüfung. Ich träume ja ehrlich gesagt auch immer noch, wird nie passieren, also spätestens jetzt nicht mehr, wo ich keinen echten Geschichtsstunden habe. Ich wollte immer mal tatsächlich eine Geschichtsstunde tatsächlich zu Sabaton machen, im Sinne von Erinnerungskultur und Geschichtskultur. Und ist das problematisch oder nicht? Weil ich glaube, da ist doch schon, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, ganz recht viel rauszuholen. Ja. Aber schade. Aber solche historische Methodenkompetenz und solche Sachen, das braucht man nicht. Nee, braucht man nicht. Schnell weg, lieber wieder weiter. Irgendwo mal irgendwelche Sozialversicherungen besprechen. Ja, schnell noch eine Runde Industrialisierung. Haben wir erst dreimal gemacht. Ja, genau. Dann habe ich was gesehen, dann habe ich was gesehen bei den Damen und Herren im Fernsehen, nämlich eine Sendung namens Catch. Die lief auf Sat.1 letzten Freitag. Habe ich einfach mal so durchgesappt irgendwie so. Und das war ganz lustig. Das war eine Gameshow, wo so Jugendliche angetreten sind. Die waren so 17 bis 20 oder 16 bis 15 bis 19 vielleicht in dem Sinne. Und die haben Fang gespielt. Okay. Ich wollte gerade ganz am Anfang fragen, ob die da Fang spielen. Genau. Das war das Sendungskonzept. Und die wurden gecoacht von so Promis, von so Promisportler hier. Nikita Thompson, die auch bei Topmodel schon mal irgendwie so Laufsteg-Sachen gemacht hat. Oder auch bei Let's Dance hat die auch schon mal mitgemacht. Fabian Hambüchen war dabei, Sven Hannawald und der Jenke. Und die haben die gecoacht. Klar war der Jenke dabei. Klar war der Jenke dabei. Und das war so krass, weil das waren so Parcours-Kids. Und was die konnten, das war so krass zu sehen, wie die da drüber gesprungen sind. Und dann da durch und geslidet und an der Wand entlang und Salto noch ein. Okay. Und was genau haben die Promi-Coaches denen dann noch beigebracht? Eigentlich haben die die ganze Zeit nur angefeuert. Ich glaube, die haben denen nichts beigebracht, ehrlich gesagt. Ich meine, der Hambüchen, der kann sicherlich ein paar Sachen denen erklären oder so. Aber eigentlich konnten die schon alles. Vor allem irgendwie so Salty und so. Und da waren dann auch teilweise so Promotion-Videos dann von denen, wie die dann so richtige krasse Parcours-Sachen machen. Das wäre ja eigentlich auch ein Sport gewesen, für den ich dann tatsächlich doch ein bisschen zu alt war. Also ich glaube, bis bevor der modern wurde. Weil sowas habe ich eigentlich immer gemacht früher. Dass ich immer irgendwo hochgeklettert und rübergesprungen bin. Also das hätte mal ein paar Jahre eher modern werden können, finde ich. Dann hätte ich jetzt auch, nee, dann hätte ich damals auch in so eine Sendung gekonnt. Wäre doch voll cool gewesen. Einfach fangen zu spielen. Überhaupt, das sollte man mal wieder machen. Ja, und dann haben die tatsächlich fangen gespielt. Und dann aber halt so auf so einem Parcours-Parcours. Ja, 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 genau. Es gab so verschiedene Spielmodi. Einmal mit so einem Labyrinth. Da musste man halt immer so gucken, wo man, um welche Ecke man jetzt kommt und welchen fängt. Dann wirklich so ein Parcours, wo man drüber springen musste über alles Mögliche. Dann irgendwie, wo man alle sechs Sekunden jemanden fangen musste und so. Also eigentlich richtig cool. Also das wäre mal was für ein Jugendgesellenabschied. Nur, dass wir wahrscheinlich nach zwei Runden völlig immer gespielt. Überleg doch mal bitte, wenn wir hier beim Sport zum Warmmachen fangen spielen, da dauert doch auch eine Minute alle tot. Ja, das stimmt. Da sind wir einfach zu alt für. Also, fand ich aber cool. Also, irgendwie ganz nett anzusehen. Einfach mal sowas im Fernsehen. Es gibt doch auch diesen Film, diese Komödie, wo die so Versteck fangen praktisch. Ja. In so extremer ... Ja, genau. Auch nicht mehr zusammen. Weiß ich, wie der heißt. Der heißt auch irgendwie so Catch. Ja, genau. Irgendwie auch mit Catch irgendwie. Der hier mit dem ... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Diese Hangover Dude sind da. Ja, genau, die. Dabei, ne? Ja. Okay. In der Reihe TV-Sendungen, die zurück sind, die keiner braucht. Heute. Sieben Tage, sieben Köpfe. Hast du's gesehen? Ich wollte auch letzte Woche schon drüber reden. Ich hab's aber leider noch nicht gucken können. Ich hab ... Ich hatte gehört, dass es das gibt. Hab dann natürlich so ... Abgewunken. Ja. Und hatte aber jetzt letztens einen Ausschnitt daraus in meiner YouTube-Vorschlagsliste, wahrscheinlich wegen Thorsten Sträter. Und hab mir das dann angeguckt, zehn Minuten, und es ist ein unerträglicher Haufen Scheiße. Also eigentlich so wie früher. Ja, genau. Nur, dass man halt jetzt keine Acht mehr ist und Pipi-Kaka-Humor witzig findet. Und genau, und Schwiegermutter-Witze und solche Sachen, ne? Boah, das war früher immer schon so richtig ... Es ist aber wirklich 100% genau dasselbe Sendekonzept. Okay, Martin, dann hol doch immer die Jüngeren hier mal wieder ab. Ich hol die ab. Also, pass auf. Sieben Tage, sieben Köpfe damals in den 90ern. Moderiert von Jochen Busse. So hieß der doch, ne? Jochen, ja. Jochen Busse. Und dann eben ein wechselndes Ensemble an sechs anderen Personen. Und so ein paar waren so gesetzt, waren, glaube ich, immer oder zumindest fast immer da. Unter anderem Rudi Carell. Gott habe ihn selig. Maik Krüger. Gabi Köster war dabei. Gabi Köster oft. So ein kleiner, wie hieß der nochmal? Kalle Pohl. Kalle Pohl, genau. Und dann halt, ich glaube, und die anderen beiden waren so rotierend. Genau. Wobei dann auch gefühlt alle drei Wochen dieselben Fressen waren. Und im Prinzip, also damals alle schon so, ich würde fast sagen, so kurz vor Dschungelcamp. Also die Karriere hat so den Peak doch schon überschritten. Ja, ja. Also Ritas Welt lief schon nicht mehr so gut und das Amt war auch schon durch und so. Und dann durften die sich da alle nochmal hinsetzen. Und das Konzept war... Bernd Stelter war auch immer dabei. Oh ja. Der ist auch jetzt immer noch dabei. Nein, echt? Ja, ja. Nein. Und wenn jemand feingeistigen, sensiblen Sezilhumor um politische Themen zu besprechen hat, dann jawohl, Bernd Stelter. Ja. Ja, und dann hat eben der Busse immer so tagespolitisch aktuelle Themen so anmoderiert und dann durfte da halt jeder so seine blöden Witzchen zu machen und es ging auch immer so ein bisschen um sich so gegenseitig so ein bisschen in die Pfanne hauen. Ja, ja, Kalle Pohl war immer der, auf den sie draufgehauen haben, weil der war halt klein. Klein, genau. Und Rudi Carell war der Holländer. Und alt und Mike Krüger hatte eine lange Nase. Ja. Boom. Ende. Comedy Gold. Das waren die Gags. Das ist also sieben Tage, sieben Köpfe aus den 90ern ist der Beweis dafür, warum Felix Lobrecht deutsche Comedy scheiße findet. Und zwar völlig zu Recht. Das ist einfach nur Müll. Ja. Und ja, und Sendekonzept ist halt jetzt noch immer noch genau dasselbe. Und in diesen zehn Minuten hat sich auch nichts geändert. Also auch Leute, die eigentlich gut sind, so wie Thorsten Sträter, sind da gezwungen, diese Scheiße halt zu machen. Das war halt auch immer so quatschig, weil. Das Panel, das da war, war jetzt moderieren tut das jetzt hier dieser Kölner Typ da auch mit dem blonden Haaren. Guido Kanz. Genau. Kann ich. Das war das erste Bild, da war ich schon kurz vorm Ausscheiden, weil den kann ich auch schon überhaupt nicht ertragen. Nee. Dann halt Bernd Stelter, klar. Dann die Gabi Köster der Nuller Jahre, Miria Böes oder wie heißt die? Ach echt? Oh Gott. Ja, ja. Möhre. Ich sag ja genau, die ganzen abgehalfterten Leute sind da im Start. Dann warten wir noch dabei. Kaya Jana, klar. Den hat man ja auch schon seit zehn Jahren nicht mehr gehört oder gesehen. Torsten Sträter eben. Dann, was mich total gewundert hat, hier Larissa Ries. Genau, deswegen wollte ich das eigentlich gucken, weil die finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, war halt da, aber auch. Ja, da aber halt auch. Die hat da, also die hat dann so die Szene, die ich gesehen habe, da ging es um Olympia, also hier China und Olympiade. Und da war natürlich, also Kabarett. Kabarett, ja. Da geht es dann darum, dass die Skisprungschanze da vor so einem Atommiler steht. Ach Quatsch, nein, darum ging es nicht. Da ging es um Sachen wie, wie so, Herr Sport, ich sitze auf der Couch. Oh, okay. Das war so der Gag. So, ne, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und, aber ich, wer war denn der siebte? Oder die siebte? Keine Ahnung. Naja, ich komme nicht drauf. Egal, wie auch immer. Also auf jeden Fall, ich habe es mir mit zehn Minuten angeguckt. Ey, bitte nicht. Ich hoffe, das ist, ich hoffe, es ist auch schon abgesetzt. Meine Güte. Gut, jetzt habe ich zwei Anknüpfungspunkte an dieser Stelle. Also ich muss es nicht mehr gucken, das ist ja schon mal gut. Dann spare ich mir diese Lebenszeit. Also, zwei Anknüpfungspunkte. Wir sind gerade beim Ranten. Da könnte ich anknüpfen. Oder du hast gerade Felix Lobrecht erwähnt. Da könnte ich auch anknüpfen. Und auch renten. Dann rante dich doch erst mal warm und dann rantest du Felix Lobrecht. Okay, pass auf. Also, ne, vielleicht rante ich mich mit Felix Lobrecht warm, weil das ist nicht so schlimm. Also, ich, Felix Lobrecht, du Arsch. Habe ich mir gerade gedacht. Denn ich habe letztens hier unseren Partner-Podcast Gemischtes Hack gehört. Und da hat der Felix ja so über den Dortmunder Tatort hergezogen. Hat irgendwie gesagt, wie schlecht das geschrieben wäre und so. Und so würde ja keiner reden. Vor allem keine Drogenleute und so. Und dann habe ich aufgrund dieses Hörens, dieses Reviews, mir diesen Tatort nicht angeguckt. Obwohl ich sehr gerne den Dortmunder Tatort gucke. Jetzt habe ich heute den Tatort geguckt, den neuen Dortmunder Tatort. und hatte eine riesen Wissenslücke. Da fehlte mir eine gesamte Folge. Weil die ja mittlerweile auch so Seriality-Elemente haben. Und ich war das die ganze Zeit so. Hä, was ist denn? Wieso? Und wer ist das jetzt? Und warum? Und dann ist mir eingefallen, scheiße. Ich habe diesen Tatort nicht geguckt, weil der blöde Lobrecht gesagt hat, der ist scheiße. So. So nämlich. Arschloch. Arschloch. Und schreiben kann der auch nicht. So. Und jetzt kommt noch ein... Um unseren anderen Partner... Podcast an der Stelle zu zitieren. Beim Imperator nichts Neues. Shoutout an der Stelle. Der miese Wichser. Okay. Äh, richtig. Ähm. Äh, ja. Und dann der andere Rant. Äh, habe ich dann im Radio vernommen. Äh. Äh, du kennst ja das Lied Land Down Under von Man at Work. Das kommt jetzt auch schon schön in die Playlist. Davon gibt es jetzt tatsächlich einen Cover-Song. Und das ist so furchtbar. Das ist irgendwie so ein Dubstep-Cover irgendwie mit so richtig kräftigen Beats und so. Also so schnellen Beats und so. Äh, viel zu hohen, äh, von diesen Flötengeräuschen. Dieses... Ja, viel, aber viel höher. So dreifach hochgepitcht. Alles ein bisschen zu schnell. Überhaupt nicht mehr diese Chilligkeit, die dieses Man at Work Lied irgendwie so vermittelt. So, wir sind die, äh, wir kommen aus dem Land Down Under und so. Alles cool hier unten und so. Ne, oh, das ist so furchtbar. Ich habe mich so aufgeregt, als ich das gehört habe. Ähm, das kommt auf jeden Fall nicht in die Playlist. Aber ich bin dafür, dass wir die Folge Rant Down Under nennen. So. Das ist... So, mehr habe ich dazu auch nicht zu... Aber es ist so schlimm, das Lied. Der Folgenditel ist dir eingefallen und jetzt hast du das einfach so dir zusammen konstruiert, damit das sehnauht. Ne, tatsächlich ist mir das andersrum eingefallen. Also, äh, ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Dann haben wir schon mal zwei zur Auswahl. Gute Futur 2 Tat, finde ich nämlich auch nicht schlecht. Okay, ja. Aber Rant Down Under, also, ich bin ja, äh, für schlechte Wortspiele auch, äh, zu haben. Ja, ich, 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 ich halte sowieso auch. Ich bin dafür auch berühmt. Hast du das notiert? Ich habe dich gerade da irgendwie tippen sehen. Ja, das ist gut. Ich habe das notiert. Das ist gut. Äh, ja. Ja, das war's. Mehr habe ich, äh, glaube ich, hier nicht zu erzählen. Aber der Tatort ist super. Also, der neue. Also, richtig spannend. Also, kann ich nicht zu sagen. Ich, meine, meine, äh, gesehene Tatortmenge verhält sich. Zu den Gesprächen, die ich am Mittwoch geführt habe. Null. Null. Aber das hatten wir ja schon mal. Wir hatten ja schon gesagt, das ist ein familiäres Vererbungsding. Vielleicht sollten wir mal eine neue Kategorie einführen. Gute Tatort. Ich habe ein Foto gesehen auf, äh, ich glaube, Twitter, äh, bester, bester Imbissname, Bratort. Und dann auch in dieser Tatortschriftart in Leuchtreklamen oben drauf. Sehr gut. Das war schon nicht, nicht so schlecht. Da, da möchte ich einkaufen gehen. Ja. Aber kann ich nur noch bis nächste Woche, denn dann beginnt schon wieder die Fastenzeit. Oh. Mhm. Das heißt, das ist die letzte Folge hier, äh, die ich noch Fleisch essen verbringe. Ist dann Folge 100 in der Fastenzeit? Kann das sein? Äh, ich glaube, nee, ist nicht. Oder? Wir haben ja dann noch sieben Folgen. Ich glaube, die Folge 100 ist nach den Osterferien. Ansonsten drehen wir das so, dass sie nach den Osterferien ist. Weil das können wir ja nicht machen. Wir müssen ja anstoßen. Du hast recht, 28. Folge ist nach den Osterferien. Und du fassest bis Ostern? Ja. Okay, das heißt, letzte Wochenende in den Osterferien macht es ja Sinn, die dann vielleicht aufzunehmen. Und da kannst du dir dann schon alles wieder geben. Ja. Und bist überhaupt nicht im Training und einfach schon nach dem ersten Bier so richtig angesäuselt. Und dann wird das, dann wird das die Folge voll. Und dann schneidest du doch einen Finger ab und keine Ahnung. Ja, aber dafür, dazu vielleicht später nochmal mehr, was wir da geplant haben. Äh, noch nichts wird, noch wird nichts verraten. Aber einen Finger abschneiden könnte tatsächlich dabei sein. Noch haben wir auch nichts geplant, sagt man ja nicht. Neues vom Laserfinger. Außer irgendwas mit kochen. Ja. Nee, das stimmt. Mehr haben wir nicht geplant. Aber das, äh, ja. Gut. Äh, dann hat noch die Queen Corona. Ich hab letztes Mal schon was von der Queen erzählt. Irgendwas Neues mit der Queen. Ich weiß nicht, warum das immer in meinem, äh, in meiner Timeline ist. Ähm, also alles Gute nach England, äh, und, äh, und so weiter. Ist wahrscheinlich aber auch geimpft. Hast du noch einen, äh, Klopper? Ja. 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 Dann los. Mal wieder eine Stilblüte aus einer Klausur. Diesmal zur, ähm, zur Kurzgeschichtenanalyse. Äh, die Erzählstrategie ist der auktoriale Erzähler. Das merkt man an folgender Stelle. Ja, und dann kommt nichts. Einfach so kurz vor der Ziehe gerade umgeknickt. In Sportmetaphern gesprochen. Das ist so ein guter Satz. Und dann kommt einfach... Und dann Punkt und dann macht er neuen Gedanken. Oder die... Ja, da kommt einfach ganz, ganz anderes. Und bis dahin war das ja wirklich gut gemacht. Ja. Und ich dachte, jetzt nur noch sagen, eine Stelle zitieren. Und, und, und sogar richtig. Ja, es war richtig. Es war alles richtig. Nur, aber so, das ist ja erstmal jetzt nur eine Behauptung. So, aber ich meine, es ist nicht erklärt, was eigentlich jetzt, woran man das merkt, dass es ein auktorialer Erzähler ist. Nämlich, dass man die Gedanken beider Figuren oder so merkt, noch irgendwas belegt. Aber bis dahin gar nicht schlecht. Das ist wirklich so, hier wie dieses Meme, wo dieser Typ mit dem Fahrrad fährt und dann diesen Stopp nennt. Den Stopp da selber. Ja, aber das ist dieser Moment, wo man dann bei, äh, im sprachlichen Bereich gibt's auch diese, diese unsägliche Kategorie, äh, differenziert zwischen, äh, benennenden, erklärenden und erläutenden oder blablabla, blablabla, wo ich mir immer denke so, ja, keine Ahnung, volle Punktzahl einfach, da hab ich mir gar keinen Bock. Also, genau solche Dinger, wo die dann Aussagen nicht belegen und so, da zieh ich dann da sozusagen Punkte für ab. Aber das ist, also die, da müssen wir uns eigentlich auch nochmal intensiv beurteilen, also weil, ich geb jetzt offen und ehrlich zu, ich hab keinerlei Ahnung, was diese Sachen vom Zentralabitur beim sprachlichen Teil bedeuten. Ich rate mir da einfach ein zusammen vom Allerfeinsten. Ja, die ersten beiden Sachen sind irgendwas mit Struktur, dann kommt irgendwas, wo man vielleicht irgendwie noch Ausdruck, äh, irgendwie mit einbeziehen könnte, dann irgendwas mit Rechtschreibung, aber steht da auch nicht so genau. Dann noch irgendwelche Punkte fürs Zitieren und dann, weiß ich auch nicht, schöne Schrift. Ja, also ganz ehrlich, und ich glaube auch, es weiß in Wirklichkeit niemand, das ist halt dieses Klassische, wo wir grad bei Memes sind, äh, äh, blablabla, but it is too late to ask, so, ne? Also, richtig. Ich glaub einfach, jeder würfelt, denkt sich so, liest die Klausur und denkt so, ja, das sind so 25 Punkte und dann verteilt er die at random auf diese, auf diese einzelnen Kategorien fertig. Ja, genau. Und wenn man so sagt, okay, das ist vielleicht eine 3, ja, und das passt aber noch nicht mit den Punkten, dann kann man da noch ein bisschen was tauschen. Okay, also dir geht das, dir geht das aber auch so. Ja, total, ja, ja, das ist so. Ja, 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 klar. Okay. Aber ich hab auch noch nie zum Beispiel diesen Joker gezogen, wegen zu großer sprachlicher Verstöße eine gesamte Note abzuziehen. Ja, weil das ist irgendwie dann auch ein bisschen fies. Also, äh, find ich, das ist dann, müsste man schon vor gar nichts geschrieben haben oder so. Ja, also, cool, kurz vorm Ziel umgeknickt. Nicht schlecht. Okay. Ähm, apropos, kurz vorm Ziel umgeknickt und, äh, sprachlicher Teil der, der, äh, Arbeit, bist du bereit für deine mündliche Prüfung. Ja, okay. Und deine mündliche Prüfung, äh, simuliert alle deine bisherigen mündlichen Prüfungen, die du außerhalb dieses Lehrersprechtags hier abgelegt hast. Sie hat nämlich den Titel, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja. Du weißt, wie sehr ich mündliche Prüfungen hasse. Genau. So, und, äh, es ist natürlich eine entscheidende Fähigkeit, dass man auch, wenn man so richtig auf dem Schlauch steht in so einer mündlichen Prüfung, sich das nicht anmerken zu lassen und dann entweder eben geschickt auf andere Themenbereiche umzuleiten oder halt so lange rumzuschwadronieren, bis man eine andere Frage gestellt kriegt oder was auch immer. Mhm. Und, dass du das kannst, kannst du in dieser mündlichen Prüfung jetzt beweisen. Ich habe nämlich, äh, unterschiedliche Themenbereiche, äh, ausgewählt, von denen ich weiß, dass du da eben, äh, keine Ahnung hast. Ähm, und zu jedem dieser Themenbereiche stelle ich dir eine Frage und du musst die dann eben nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und vor allen Dingen sicher dabei auftreten. Mhm. Bereit? Ja. Okay. So, vielleicht weißt du auch ein bisschen. Na klar bin ich bereit. Sicher bin ich bereit. Ich habe doch gut gelernt dafür. Ja? Was denkst du denn? Okay, du hast, das, das Mindset hast du schon mal. Erster Themenbereich, Mathe. Ja, klar. Erläutere die PQ-Formel. Ja, also, die PQ-Formel ist ja total einfach. Also, äh, die PQ-Formel, die ja, die, 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 die brauchst du erstmal, um, äh, eine Gleichung auszurechnen. Das ist erstmal wichtig. Und zwar, äh, hat, äh, hat das mit zwei Variablen zu tun, nämlich einmal P und einmal Q. Und, ja, das ist, das ist auf jeden Fall, äh, total wichtig, wenn man zwei Unbekannte hat, die man dann rausfinden will, würde ich jetzt erstmal so, äh, sagen. Und, äh, und das, das kriegt man dann, wenn man die dann entsprechend zusammenbringt, P und Q, äh, also, dann, 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 dann weiß man das, ja. So, dann, dann hat man, äh, von Q Ahnung. Q Ahnung. Ja. Ja. Hast du die, äh, auch noch kurz parat, die PQ-Formel? Kannst du die kurz sagen? Ja. Ähm, ähm, P, Q. Ja, danke, gut. Okay, äh, nächster Themenbereich. Äh, oder vielleicht löse ich es noch ein bisschen auf. Also, da war durchaus richtiges, also wirklich richtiges dabei. Es hat was mit Gleichung und mit Variablen zu tun und mit Mathe. Ja. Und P und Q kommt in der Formel vor, ja. Also, das ist ja mindestens schon mal drei Punkte oder sowas, ne? Genau, also, so, Frage, Antwort, Satz gibt's auch noch. Richtig. Ich musste sie aber tatsächlich auch googeln, also, ich wusste sie nicht mehr. Ich hab erst versucht, ob ich sie hinkrieg und ich war auch nah dran, aber hätte halt dann auch nicht gereicht. Die gute Magda hätte es gekonnt. Bestimmt. Ähm, okay. Nächster Themenbereich, Sport. Ja. Ähm, welches ist nach Fußball der beliebteste Sport in Deutschland und warum? Das ist, ähm, der beliebteste Sport in Deutschland nach Fußball. Ähm, da wäre es jetzt zuerst die Frage zu stellen, ob das zu schauen oder zu spielen ist. Da würde ich jetzt nochmal kurz nachfragen, ob diese Frage nochmal kurz ein bisschen präzisiert werden könnte. Ähm, äh, zu schauen, glaube ich. Also, vermute ich stark. Ja, also, ähm, okay. Okay, zu schauen, ähm, ja, also, da würde ich ganz klar annehmen, dass das Nächste, was dem Fußball wohl am nächsten kommt, ist, dass, äh, dass auch ein Ball vorkommt und auch ein Tor, weil die Deutschen ändern nicht so ganz, also, die nehmen ja gerne Gewohnheiten auf und, äh, transferieren sie dann nur ganz klein, in kleinen Maßstab. Ja, deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, ähm, ja, nimmt man einfach eine andere Extremität und dann ist das Handball. So. Mhm. Sicherlich. Ja. Und das Spiel ist auch richtig, ne? Ja, ist, äh, Platz vier der beliebsten Sport an, tatsächlich. Was ist denn Platz zwei? Skispringen. Was? Und warum, weiß kein Mensch, aber noch schlimmer als Platz drei. Piratlon. Ja, Piratlon, ey, hab ich jetzt auch in, während ich hier Corona hatte, bei diesen olympischen Winterspielen auch geguckt, teilweise. Warum? Es ist so, also, ey, ganz ehrlich, da hätte ich lieber Fieber gehabt und gar nichts tun können, ey. Also, ich mein, ich kann's nachvollziehen, also, Skilanglauf ist natürlich jetzt auch echt. Es ist noch langweiliger. Genau, und dann halt, okay, pass auf, wir haben hier diese Sportart und sie ist scheiße langweilig, ähm, also, überhaupt, wie es auf Langlauf gekommen ist, also, ich denk mir so, ich, ich vermute ja mal, Skifahren als solches war, na, wobei, weiß ich gar nicht, am Ende ist Langlauf die Form des Skifahrens, wie Skifahren erfunden wurde, so aus. Denk ich auch, ja, ja, genau. Von Fortbewegungsgründen. Aber ich sag mal, der sportliche Aspekt war doch immer, ich fahr'n Berg mit den Dingern runter, so. Und dann gab's so zwei Entwicklungslinien. Die einen haben gesagt, nee, klar, ich fahr'n Berg runter und dann spring' ich 100 Meter weit mit den Dingern. Also, dass das überhaupt jemals irgendwie, äh, entstanden ist, so. Ja, dann spring' ich einfach über so eine Schanze. Die ersten 500 Skispringer sind wahrscheinlich einfach beim ersten Sprung alle gestorben. Ja, 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 genau. So, und das hat so die eine, so die, so die, die, dann muss man schon sagen, die mehr Respekt verdienen. Und die anderen haben gesagt, nö, ich fahr' jetzt geradeaus im Kreis. Ja, und dass man da gesagt hat, okay, wir peppen das ein bisschen aus und geben den Waffen, find ich okay. Das könnte man sowieso bei mehreren Sportarten machen. Ja, ich fänd's aber besser, wenn das kein, das sind ja, glaub ich, so Luftgewehre oder sowas beim Birtland. Ich fänd's besser, wenn die so, äh, Paintball-Gotscha-Guns hätten und einfach sich abschießen könnten. Ja, das wär cool. Das wär, das wär doch ein Sport. Wenn sie einfach so durch den Wald jagen müssten, so wie bei so einer James Bond-Verfolgung. Ja, ja, genau. Genau, und dann, und dann nämlich noch, so wie in der Spion, der mich liebte, von so einer Klippe runterspringen. Ja, hast du nämlich Skispringen auch noch dabei und Fallschirmspringen. Ja, das ist die sogenannte nordische Kombination. Das ist die, das ist die, genau. Es gibt ja so moderner Zehnkampf, moderner Zehnkampf, das ist eine moderne nordische Kombination. Genau, die 0,7 Kombination. So, also, liebes IOC, bitteschön. Ja. Ja, wenn er die nächste, ähm, äh, Winterlympiade wieder in so einem, Sonnenland, in so einem Land macht, könnte er ja auch echte Gans nehmen. Ja, genau. Ist egal. Die ist das, Menschenrechte, Ananas. Okay, super. Äh, oh ja, und dann als letztes natürlich, äh, noch ein Bereich, wo du dich ja mittlerweile wahrscheinlich besser auskennst als in Mathe und in Sport, nämlich Warhammer 40, nee, Warhammer 40.000, klar. Ähm, ich hab eine, da hab ich sogar zwei Fragen, klar, äh, eine, die was mit den Spielregeln, mit dem Spiel selber zu tun hat, und eine, die was mit der, mit der Lore zu tun hat. Wo möchtest du anfangen? Ähm, äh, mit den Spielregeln, mhm? Kannst du mir, ja, kannst du mir einmal kurz die Lookouts-Regel erklären? Ja. Die Lookouts-Sir-Regel. Mhm. Äh, 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 da geht's ja, also es geht ja bei Warhammer, das erklär ich jetzt nochmal für alle anderen, die auch, die Martins Podcast vielleicht noch nicht gehört haben dazu, die eigene Vertretungsstunde, die er dazu gemacht hat, bitte gerne auch nochmal nachhören, aber ich erklär's auch gerne nochmal. Die Lookouts-Sir-Regel, also es geht ja in Warhammer darum, dass man mit Würfeln würfelt. Und, äh, man hat ja verschiedene Armeen, die gegeneinander antreten, aber eine Person davon ist ja auch immer der Anführer dieser Armee, das ist der Sir. Und, äh, dann muss man entsprechend manchmal ein Manöver spielen, dass man, äh, dass man diesen Sir nämlich auch beschützt. Dann machen alle anderen so eine Flanke um ihn herum und sagen sozusagen, das ist ja immer so ein bisschen metaphorisch dieses Spiel, die sagen sozusagen, Lookout, Sir! Ja, ja, damit dieser dann geschützt wird, der muss dann einmal die Spielfigur hinlegen, diese Spielfigur liegt dann einen Moment lang, weil er sich ja dann duckt und, äh, dann ist erstmal der Gegner dran und nachdem man dann zwei Runden gespielt hat, darf der Sir dann erst wieder aufstehen und weiterspielen. Der ist dann natürlich hinten an der Flanke und dann muss er sich erst wieder nach vorne kämpfen und dann kann dieses Manöver nochmal passieren. Hm, das ist überraschend richtig. Also, es ist tatsächlich so, es gibt, ähm, äh, so Anführer, so Charaktermodelle und die können tatsächlich mit der Lookout-Sir-Regel beschützt werden. Nämlich, wenn andere, doch, wenn andere Modelle drumherum stehen und zwar mindestens drei Infanterienmodelle oder ein Monster oder ein Fahrzeug, dann darf der Anführer nicht beschossen werden, außer er ist das nächste Modell. Also, du hast das, also bis auf das hinlegen, hast du das einfach richtig erklärt. Was ich respektabel finde. Ja, okay. Da sieht man wieder, wie viel man in meiner Vertretungsstunde, äh, gelernt hat. Ihr könnt ja gerne nochmal nachhören, ob man das da lernt. Ich glaube nicht. Überhaupt nicht. Nicht schlecht, okay, cool. Ja, das war jetzt so. Und dann denke ich mir so, und da sagen Leute, das ist ein kompliziertes Spiel. Eben, ja. Der schießt die Regeln so einfach, ja klar. Strafzer. Ja, logisch. Logisch. Das könnte man auch mal so machen. Also, fände ich jetzt gerade gar nicht so schlecht, die Charaktere, die da von Betroffenen so hinlegen, um so zu verdeutlichen. Ja, hier, auf die kannst du nicht schießen, weil, oh Gott, gar nicht so schlecht. Ja, okay. Jetzt nochmal zum Lore. Also, so eins der zentralen Elemente im Warhammer 40.000 Lore ist ja die Horus-Heresie. Kannst du das nochmal eben so, nein, ist ein großes und komplexes Thema, weiß ich, aber so in ein paar wenigen Schlagworten zusammenfassen vielleicht. Ja, Horus ist ja in der Mythologie von Warhammer nicht so wie in Ägypten der Gott der Unterwelt, sondern der Gott der Sonne. Und wenn man diesem nicht huldigt, dann begeht man die sogenannte Horus-Heresie. Das heißt, man wird quasi zum Ketzer, also zum Heretiker und zeigt dadurch, dass man eben an diesen Gott nicht glaubt. Und dann muss man nämlich, wenn das rauskommt, dann muss man eben diesem Imperator geopfert werden, weil wir wissen ja alle, dass der irgendwie so 10.000 Opfer am Tag braucht oder um den Dreh so ganz genau. Also, das macht das am Beraten auch nicht fett. Aber dann wird man nämlich geopfert, wenn man als Horus-Heretiker entlarvt wird, sozusagen. Ja, fast. Ich versuche so ein bisschen von dem Wissen, was ich so habe, irgendwie mit einfließen zu lassen, so in den Quatsch. War schon gut erklärt. Einziger Nachteil ist, es ist die Heresie des Horus. Also, völlig falsche Startprämisse. Aber ansonsten ist es okay. Über diese Genitive. Ja, und dann auch noch, wenn der Name mit S aufhört, dann hört man ihn noch nicht mal. Richtig. Horus sein. Dem Horus sein Heresie. Dem Horus sein Heresie. So heißt er nämlich. Okay, ja. Ich fand aber auf jeden Fall, du hast das sehr gut gemacht. Und einen elementaren Tipp kann man hier auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Du hast nämlich einen absoluten Klassiker des mündlichen Prüfungsmodus angewandt. Wenn man am Anfang Überlegungszeit braucht, erstmal die Frage wiederholen. Und wenn man dann noch mehr Überlegungszeit braucht, eine Nachfrage stellen. Und wenn er dann immer noch nicht reicht, Schluck Wasser trinken. Das ist die heilige Dreifaltigkeit der Zeitüberbrückung in der mündlichen Prüfung. Fragen wiederholen, Gegenfrage stellen, Wassertrinken. Genau. Da gibt es auch hier so ein Fingermodell mit Daumen und Zeigefinger und Mittelfinger. So ein dreidimensionales Modell. Für die Physiker unter euch. Ja. So. Ja. Das ist wichtig. Ja. Ja, und immer so Fülladverbien einbauen wie gewissermaßen und wenn man so will und so. Also im Prinzip völlig trivial. Ja. Da habe ich ja versucht, irgendwie meine Haut zu retten. Ich glaube, am wenigsten gut performt habe ich wirklich bei der PQ-Formel. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß wirklich auch nicht, was... Aber in Mathe bist du ja auch einfach am schlechtesten. Das stimmt. Ja, das wissen wir schon. Seit Folge 2. Nee, seit erster Folge, glaube ich sogar. Ja. Richtig. Denn... Ja. Richtig. Folge 2 war ja schon französisch befriedigend. Ja, nee. Genau. Folge 1 war das, was du besonders gut und besonders schlecht und was wir gerne konnten. Irgendwie so, ne? Ja, genau. Ach Gott, ist das lange her. Aus historischen Gründen gerne nachhören, ansonsten nicht. Boah, ich habe... Aber du sprichst ja immer darüber, wie grausam dieser Sound ist und so, ne? Und ich denke mir immer so, ja, komm, ist ja gut. So schlimm war es doch jetzt nicht. Und jetzt letztens, als ich die letzte Folge gehört habe, hat Spotify mit der ersten angefangen, was sonst nicht passiert, weil normalerweise spielt dann immer was anderes aus meiner, aus meinem, deine Podcast-Folgen-Playlist-Teil halt, wo so, und also anscheinend hatte ich da, war das grad irgendwie leer oder so. Und dann lief die erste Folge nochmal. Alter. Also, ganz ehrlich, können wir das mal einfach transkribieren und nochmal aufnehmen? Das habe ich auch schon mal überlegt. Boah, das Schlimme ist, ich habe die ja schon einmal remastered nochmal hochgeladen. Das ist ja schon ein Remaster der ersten Folge, wo ich nochmal ein bisschen versucht habe, da was zu retten. Aber, ey. Ich bin echt versucht, wir simulieren so, ja, ja, hier, unsere Daten sind bei Spotify verloren gegangen und löschen so die ersten zehn oder so. Vor allem, das haben über tausend Leute, haben diese, tausende Leute natürlich, haben diese Folge schon gehört. Ich meine, wir haben ein Handy einfach, wir sind ins Auto eingestiegen, haben ein Handy mit Aufnahmefunktion in die Mittelkonsole geschmissen und sind losgefahren. Ich meine, genau so klingt das halt. Also, mehr kann man da nicht erwarten, aber das ist echt. Wir haben auch nur als MP3 aufgenommen, noch nicht mal als Wave. Das war es, das waren noch Zeiten damals. Aber wir hatten ja auch nicht gedacht, wir hatten ja auch nichts und wir hatten ja auch nicht gedacht, dass wir irgendwie hier so einen hundertfolgigen Podcast draus machen. Ja, und dass tatsächlich auch nur irgendeinen Schwarz interessiert. Ja. Ja, nee. An der Stelle nochmal, Shoutout an euch, liebe SV, danke fürs Zuhören. Äh, nur für euch, machen wir den Schein. Machen wir das hier, ja. Na, ist auch ein bisschen gelogen. Das macht auch schon einfach mega viel Bock. Auch hier Dings, Gesprächstherapie. Ja, der empfohlene Pop und Pubertät Podcast, die ballern ja jetzt auch jede Woche eine Folge raus. Die drehen richtig frei jetzt. Weil die sind, weil die sind, weil die sind. Ich komme da gar nicht mehr hinterher, was ist mit denen, ey? Die haben einfach richtig gut geleckt. Vor allem, die sind zwei Folgen fertig, erstmal schon mal Sonderfolge, zack, bach. So, jetzt mache ich noch eine alleine, weil der andere kann gerade nicht, da mache ich noch eine alleine. Der kann nur einmal in der Woche, was ist mit dem? Ja. Ja. Aber gut. Ich bin froh, dass wir eine Folge pro Woche machen, das reicht. Ja. Mehr schaffe ich auch nicht. Aber irgendwann müssen wir auch nochmal, äh, überhaupt mal über Podcasts an sich reden. Haben wir nämlich auch noch nie gemacht. So. Haben wir noch was zu besprechen? Nee. Gibt's noch was? Nee. Dann, äh, würde ich so langsam mal überleiten, ähm, zu einer mündlichen Prüfung. Und das passt ganz gut zu mehreren Sachen, die wir heute angesprochen haben. Ähm, nämlich einerseits habe ich, äh, haben wir ja gerade vom sicheren Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit gesprochen. Außerdem habe ich auf diese Sat.1-Sendung Catch hingewiesen. Und jetzt komme ich zu einem Film, der nämlich auch diesen Titel trägt, nämlich Catch Me If You Can. Ähm, gerade läuft ja bei, ähm, Netflix, Inventing Anna, so eine Serie. Und auch der Tinder-Schwindler. Und, ja, Catch Me If You Can ist quasi das, das, der beste, der bessere Blockbuster-Film dazu. Ja, also, äh, der Film ist von 2002. Und es geht, äh, der ist von Steven Spielberg übrigens, also dem Großmeister. Und dieser Film ist einfach, äh, einfach so super. Er macht einfach so Spaß zu gucken. Es geht halt um so einen Typ, so einen Schwindler halt, der sich in alle möglichen Jobs hinein manövriert. Und, äh, im Endeffekt auch, äh, Schecks fälscht, glaube ich, und so. Und die ganze Zeit halt von einem, äh, FBI-Agenten gejagt wird. Und, ähm, ja, er aber immer wieder entkommen kann. Über Jahre geht das. Und ich glaube, ist es nicht sogar nach einer wahren Begebenheit? Ich weiß es gerade nicht. Ja, gespielt wird der FBI-Ermittler von Tom Hanks und, ähm, ja, der, der Schwindler, ich weiß gar nicht, wie er heißt im Film, ähm, wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Und ich finde, eigentlich hätte er damals dafür schon den Oscar bekommen sollen, für diese Rolle. Das ist so großartig, wie er diesen Typen spielt. Das fängt ja irgendwie an, dass er in der Schule so tut, als wäre er irgendwie ein Lehrer. Und dann irgendwie so langsam irgendwie immer andere Sachen macht, ne? Dass er dann irgendwie plötzlich sich als Pilot ausgibt und dann da rumrennt mit diesen ganzen Stewardesses. Und dann, äh, gibt er sich, glaube ich, irgendwie noch als, als, keine Ahnung, Filmstar aus und zieht dann noch, das spielt so in den 60er Jahren, zieht dann noch den, den, äh, den Sean Connery-mäßigen James-Bond-Anzug an und so. Und, und schwindelt sich da durch die ganze Gesellschaft. Und das ist, das ist toll. Das ist super anzusehen. Da ist man auch mal wieder für den Bösen. Also, für den Bösen, was heißt schon Bösen? Er ist einfach halt so ein, so ein Con-Man. Das ist einfach, ach, das macht einfach Spaß. Ich weiß gar nicht, ob der einen Oscar gekriegt hat, der Film, aber, äh, der ist auf jeden Fall schauenswert. Hast du dazu was zu sagen? Äh, in der Tat mehrere Sachen sogar. Äh, zum einen hab ich dazu zu sagen, ähm, ich hab Catch-Me-If-You-Can gesehen und wusste danach bestimmt zwei Jahre lang nicht, wie der ausgeht. Mhm. Weil, äh, das war ja noch in einer Zeit vor Internet und irgendwas. Und ich hatte den, ähm, äh, der, der lief irgendwann und ich konnte ihn nicht gucken. Und dann habe ich ihn aufgenommen auf VHS-Kassette. Okay. Und, äh, da ist irgendwas schief gelaufen und das Ende war halt nicht drauf. Und dann hab ich halt diesen Film geguckt und, ja, dann fehlten so die, keine Ahnung, die letzte Viertelstunde oder so. Also, ich wusste dann ganz lange nicht, ob er can oder ob er nicht can. Oh, 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 oh. Catch-Me. Und das war schon der Schritt, so. Ja, und weil, und du hast ja auch keine Option, wenn so ein Film dann halt nicht im Fernsehen lief und du keinen kanntest, der den irgendwie hatte oder so, dann war's halt im Arsch. Ja, Videothek ging halt noch. Hätte man sich nochmal leiden können, genau, in der Videothek, richtig. Das war ja auch teuer. Richtig. Frank Abernelli heißt der Typ. Das war auf jeden Fall meine Catch-me-if-you-can-Geschichte. Und dann, immer wenn ich den Film irgendwie sehe oder darüber nachdenke, muss ich immer über diesen deutschen Catch-me-if-you-can-Typen nachdenken. Ich weiß natürlich seinen Namen nicht, aber das ist halt so ein Typ, der hat sich jahrelang als Psychologe ausgegeben. Der war dann auch im Knast deswegen und war dann später zu Gast hier bei Roche und Böhmermann und auch nochmal in diesem Remake Schulz und Böhmermann oder irgendwie so. Dieses Dings. Und, Alter, was das für ein unsympathisches Arschloch einfach ist, ne? Also, unglaublich. Also, irgendwie, der Plot ist irgendwie so, der hat sich halt irgendwie jahrelang als Psychologe ausgegeben und hat es dann dabei sogar auch irgendwie geschafft, irgendwie so Leiter von irgendeiner psychologischen Abteilung im Krankenhaus zu werden und so. Und hat auch ... Und auch Medikamente zu verschreiben und so. Ja, und hat auch Krankheiten erfunden, die es nicht gibt und so weiter und so fort. Also, einfach selber jemand, der mal trinkt, ein Psychologe, also unglaublicher Narzisst einfach. Und war dann auch im Knast deswegen. Und ist sich halt ... Hat dann natürlich ein Buch geschrieben, klar. Klar. Alle guten Leuten schreiben im Knast ein Buch. Vielleicht sollten wir mal in den Knast. Also, ich ... Und ... Ja, und ist sich aber halt einfach auch keiner schuldbewusst? Also, das Problem ist halt das System und alle Psychologen sind eigentlich Hochstapler, weil es Psychologie als Wissenschaft faktisch nicht gibt. So, boah, ist ja unsympathisch. Also, ich kann mich noch daran erinnern, in dieser Schulz und Böhmermann-Folge ist er da zu Gast und Kollegah. Und Kollegah ist der Sympathische. Oh. So sieht's aus. So sieht's nämlich aus. Aber es gibt so Leute. Das ist ja anstrengend, ey. Ja, genau. Aber der ist halt auch so richtig, dann auch schon wie so, um nochmal so in den Bogen ganz zum Anfang sozusagen zu schlagen, der ist dann halt so die richtig deutsche Version davon. Also, Leonardo DiCaprio ist ja so dieser charismatische Typ und dann bist du auf seiner Seite. Und er ist halt so ... Den wir von Anfang an sofort unsympathisch finden. Halt's Maul, Stefane. Ja, aber, ähm ... Also, wie gesagt, passt gerade ganz gut in den Zeitgeist wegen dieser erfolgreichen Serie der Inventing Anna, wo es ja auch darum geht, da gibt sie sich ja als, ich glaube, ich auch noch in einer Waren-Geschichte, da gibt sie sich als so eine russische Millionenerbin aus und wohnt dann einfach auch irgendwie in den teuersten Hotels in New York und so. Weil sie einfach sagt, ja, mein Vater ist übrigens dieser, äh, der Typ. Dieser eine. Ja, und jetzt lass mich mal hier sechs Wochen wohnen, ne? So, ja. Und, äh, genau. Äh, deswegen auch mal diesen Film gucken von 2002, Catch Me If You Can. Noch mit einem sehr jungen Leonardo DiCaprio. Ja, das stimmt allerdings. Äh, okay. Dann, ähm, danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und, äh, wir hören uns nächste Woche. Und wie immer, äh, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Ach, ja, das ging ja schnell. So, dann, äh, hab ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hab mir ja so langsam angewöhnt, immer zum Ende hin, äh, zu sagen, dass ihr uns auch bewerten könnt und, äh, das auch gerne tun könnt. Am liebsten mit fünf Sternen, aber wenn ihr nur vier gebt, dann wären wir froh, wenn ihr uns das irgendwie beründen könntet. Zum Beispiel mit einem kleinen Kommentar in den, äh, ja, vielen sozialen Netzwerken, die wir so haben, äh, bei Instagram. Bei Facebook tatsächlich, äh, posten wir auch ständig Sachen, auch wenn uns da irgendwie fünf Leute nur noch folgen oder so, keine Ahnung. Ähm, und bei, äh, Spotify kann man uns bewerten und bei Apple Podcast irgendwie auch. Aber da guck ich auch irgendwie nie rein, weil ich halt kein iPhone hab. Aber macht es trotzdem. Ist es irgendwie gut für die Sichtbarkeit oder so? Ich weiß es nicht. Und wenn ihr wollt, dass unser Podcast sicht- und hörbar ist, dann, äh, tut das doch einfach. Da freuen wir uns drüber. Und da gibt's auch nicht nur 100 Folgen bald, sondern sogar, pfff, irgendwann 200 oder so. Ich mach, schauen wir mal. Ähm, ja, das war alles, was ich dafür heute zu sagen habe. Und, äh, ja, sag, äh, Tschüss, bis nächste Woche. Jo, und ich schließe dann heute die Vormärz-Reihe mit dem dritten Gedicht ab. Und, ähm, so wie es begonnen hatte, so endet es auch, nämlich mit Heinrich Heine, das Weberlied. Im düsteren Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl, fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten. In Winterskälte und Hungersnöten, wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft, gefoppt und genaht. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, der unser Elend nicht konnte erweichen, den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur die Gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht. Wir weben emsig, Tag und Nacht. Alt-Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.